Ja, hallo Lieben, ich bin der Paraport, Erziehungscoach und so weiter und Psychologe und genau, nächsten Monat geht wieder ganz großen Klassiker los, Selbstüberchallenge, Manifestationschallenge und nächsten Monat kommt ja auch mal ein neues Buch raus, die neue Dimension der Liebe. Ja, seht zu, dass er noch die erste Auflage kriegt, letztes Mal gab es ja gleich Lieferschwierigkeiten und na gut, aber diesmal ist es ein großer Verlag, schauen wir mal und sonst noch irgendwas? Ach ja, genau, der Resilienzkurs geht los, genau, das geht auch noch im April. Gut, heute haben wir das zeitlose Thema, wie sabotiere ich meinen eigenen Datingerfolg und wir haben, wird ja immer ja gefragt, was ist weibliche Polarität und häufig sage ich ja auch, weibliche Polarität entsteht halt viel leichter, wenn der Mann in seiner Polarität ist, aber hier haben wir jetzt ein sehr schönes Beispiel, dass der Mann in seiner Polarität ist, aber die Frau nicht und was für Reibung das erzeugt. Ich meine, ich mache mich schon mal wieder bereit auf die ganzen Wutkommentare zur Polarität, aber gut, ich mache einfach wieder weiter und was ich mir auch nochmal sagen wollte, dass wenn ein Mann in seiner Polarität ist oder eine Frau ist, heißt natürlich nicht, dass die Beziehung funktioniert, also das gibt es ja in der Mathematik, sagt man immer, notwendige Bedingungen oder hinreichende Bedingungen, also es ist eine notwendige Bedingung, dass Beziehungen funktionieren, aber keine hinreichende, natürlich kann man in seiner Polarität sein, das sehen wir ja beim Bad Guy und trotzdem kein gutes Match, wenn man eine Beziehung will zum Beispiel, also insofern reicht das alleine natürlich nicht, aber es ist meiner Ansicht nach notwendige Bedingungen, dass Beziehungen funktionieren. So, eine Nachricht von Anna Tevkula und sie schreibt, hallo Christian, erstmal vielen Dank, dass du dein Wiss mit uns teilst und uns die Gelegenheit gibst, unsere Fragen zu stellen. Ich stecke in folgendem Dilemma, verbunden mit der Frage, habe ich falsche Signale gesendet und damit ein Fortschreiten des Kennenlernens verhindert, oder will ich die Realität aufgrund meines hohen Bindungsmotivs nicht anerkennen? Ja, schauen wir mal ab, ob wir da was zu sagen können mit dem hohen Bindungsmotiv, das breiten wir uns vielleicht zum Schluss nochmal auf, das denkt man ja manchmal so und hat es dann gar nicht, weil wir kriegen ganz viele Mails, wo die Leute mal sagen, ich bin so verlustängstlich, aber im Endeffekt wirkt es eher bindungsängstlich häufig. Gut, stecke in folgendem Dilemma, achso, was hatten wir ja schon, Eckdaten zu mir, ich bin in den 30ern, bin seit drei Jahren Single, die Beziehung Ehe davor erhielt, circa neun Jahre seit der Trennung, lerne ich hierunter mal einen Mann kennen, jedoch entwickle ich nie etwas Handfestes. Ich bin alleinerziehend, pflege jedoch ein freundschaftliches Verhältnis zu meinem Ex. Folgende Situation, ich habe einen Mann kennengelernt, zehn Jahre jünger, ja, warum nicht? In meiner Heimatstadt hat er mich auf dem Weg in eine Bahn, seine Umlaufbahn geschmissen. Gut, das sage ich ja immer, was, das ist weibliche Polarität, wunderbar. Nachdem er mir optisch gefallen hat, wir kamen auf Anhieb ins Gespräch und das blieb so für den Rest des Abends bis zum nächsten Morgen. Es kam gegen Ende zu wilder Knutscherei und der Absprache, dass ich mit zu ihm gehe. Ja, so weit, so gut. Gut, diese Entscheidung nahm ich aber wenigen Minuten später wieder zurück, da es sich für mich nicht richtig anfühlte. Er reagierte verständnisvoll. Gut, so weit, so gut. Ja, dass du jetzt nicht am ersten Abend mit ihm schlafen willst, klar. Aber hier geht es eigentlich schon ein bisschen los. Also ich würde euch auch mal bitten, hört diese E-Mail mal mit aus den Ohren des Mannes, weil für den Mann ist jetzt die erste Erfahrung von, wie er das wahrscheinlich sieht, die weiß nicht, was sie will, ne? Erst sagt sie ja, dann sagt sie nein und gut, an der Stelle ist es ja noch sehr verständlich, aber es zieht sich jetzt halt leider so durch. So, ich fragte ihn nach seiner Nummer, gab ihm meine, er meldete sich am darauffolgenden Tag. Also bis hierhin, ja, alles gut, er meldet sich, also er macht seinen Job hier. Im Gespräch kam von ihm der Vorschlag, unser Vorhaben nachzuholen, worauf ich nur vage eingehe und es im Ungewissen ließ. So, also er macht jetzt, was er machen soll. Also Mann, er macht jetzt das nächste Date. Ich meine, klar, das hört sich jetzt nicht so an, als wenn er planen würde, dich zu heiraten auf den Punkt, aber das ist ja wieder eine andere Frage, ne? Aber er macht das nächste Date und er kriegt jetzt die nächste unklare Antwort von dir. Also in diesem Moment muss er eigentlich schon mal sagen, also entweder die weiß nicht, was sie will oder es ist so kompliziert oder es steht nicht auf mich. Also eigentlich, ja, es ist das zweite Mal bei dir aufgelaufen und da würden jetzt viele Männer, die so in Demand sind und ihrer Polarität sind, die hören dann auf an dem Punkt, ne? Weil sie sagen, boah, was soll ich mich so anstrengen? Ich kann auch jemanden daten, der es einem einfacher macht, ne? Es taucht mein altbekanntes Muster auf, dass ich das Interesse an Männern verliere, die Interesse an mir zeigen. Ja, damit macht es dich natürlich echt schwer im Leben, ne? Meine Güte, weil der hat ja definitiv Interesse und sieht wahrscheinlich gut aus. Zehn Jahre jünger, ne? Where's the fucking problem? Aber gut, das ist immer leicht gesagt, ne? Ich befinde mich in Therapie und arbeite in meiner Nähe Distanzproblematik. Ja, ist doch super. Sehr, sehr gut. Dennoch hielt ich auch nach meiner Heimkehr den Kontakt zu ihm, da ich noch nicht genau wusste, was ich mit ihm anfangen will. Ja, und das ist für ihn natürlich, für einen Mann, der seinen Shit together hat, ist das total abgehörnend. Ja, muss man, also es ist einfach so, ne? Ich kann es jetzt nicht schön reden. In Woche eins wünscht er mir zum Wochenstart einen schönen Valentinstag. So, jetzt macht er den dritten Move, ne? Jetzt fragt er schon gar nicht mehr nach einem Date. Ja, weil er dann wahrscheinlich nicht wieder auflaufen will. Aber, ja, ist immer noch. Hallo, hier bin ich. Das ist genau, was dein Job ist in der Polarität. Versucht die Dates zu machen, ne? Gut, jetzt, ich könnte jetzt noch so ein bisschen meckern. Er soll sich nur auf Dates machen, konzentrieren und nicht unbedingt zum Valentinstag schreiben. Aber es ist trotzdem, es ist nett. Und so, worauf ich mit einem blöden Spruch reagierte, dass ich aufgrund eines Ereignisses an dem Tag das Gefühl hätte, es sei Freitag der 13. Na gut, das ist ja jetzt nicht so ein blöder Spruch, aber wieder gibt es eben nicht das Signal. Ja, go, ne? Ja, lass uns daten. Und damit sabotierst du diesen ganzen Prozess komplett hier. Und du weißt es ja eigentlich, ne? Also es wäre nur noch der Schritt für dich, es nicht zu tun. Ich meine, ich kenne dich jetzt nicht, ich weiß es nicht. Das werdet ihr in der Therapie aber sprechen, wo da jetzt genau der Haken ist. Aber jetzt einfach mal von, aber jetzt nochmal so rein verhaltensmäßig betrachtet. Du weißt, was zu tun ist. Tust es aber bis jetzt nicht, ne? Wie gesagt, es steht, also da hat sozusagen der vorsichtige oder unklare Teil in dir hat da noch die Oberhand auf jeden Fall, ne? Am Abend telefonierten wir auf meine Initiative hin. Ja, jetzt musst du ja auch. Also jetzt kann man natürlich sagen, warum du? Ja, du musstest jetzt, weil du hast ihn dreimal auflaufen lassen, dann würde ich erstmal auch nichts mehr machen, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Chilfonierten wir auf meine Initiative hin. Gute zwei Stunden. Es war interessant, unterhaltsam und lustig. Leute, ihr sollt Dates machen und nicht telefonieren. Das bringt gar nichts. Du hast ihn doch jetzt schon offline kennengelernt. Jetzt gehst du wieder auf Telefonieren und das bringt nichts. Gar nichts. Dabei kam allerdings auch heraus, dass er seit gerade einem Monat Single sei nach vier Jahren Beziehung. Ja, und ich meine, ihr habt ja jetzt euch nicht verlobt in einer Bar und ja, man kann ja nicht Leute nicht, ja jetzt kannst du tausend Gründe finden, ne? Weiß ich nicht. Er hatte einen gelben Pullover an, erst er ist das ein Monat Single. Die Bar war nicht gut. Ja, aber du fandst ihn noch hot. Also mein Gott. Es geht ja nur darum, dass ihr datet, ne? Also, kann man immer irgendwas finden, ne? Das sehe ich auch bei vielen, auch teilweise bei Klienten von mir, die sagen, sie finden nie jemand, dass sie Riesenhürden aufbauen, wo wirklich keiner drüber springen kann, so, ne? Dann ist immer irgendwas falsch und ja, also ich kann das, wie gesagt, das ist ja auch nicht, klar hat er jetzt nicht gesagt, ich bin mir jetzt hundertprozentig sicher, dass ich eine ewige Beziehung mit dir führen will, aber er ist sehr dran, ne? Also, da kann man ihm jetzt nichts vorwerfen, ne? Äh, so. Dennoch war es für mich lediglich an eine gelbe Flagge, da ich weiterhin nicht wusste, was ich mit ihm anfangen will. Um Mitternacht gratuliert er ihm noch zu meinem Geburtstag, sagt er Nachricht. Also, jetzt hat er wirklich genug gemacht, auch noch um Mitternacht, also, ja, also bei ihm liegt es definitiv nicht, so. Und irgendwie interessiert muss es ja auch sein, wenn er die ganze Nacht rumknutscht. Also, wo ist das Problem? Sag es mir. An meinem Geburtstag setzt sich unser Kontakt fort, über einige Nachrichten über den Tag verteilt, dann Mittwoch plötzlich Funkstelle, keine Kontaktaufnahme für ihn. Ja, dieser Mann, ne, hat dich angesprochen, hat, äh, hat gesagt, ich will dich mit nach Hause nehmen. Hat dich zum Valentinstag gratuliert, hat dich zum Geburtstag gratuliert. Was soll er denn jetzt noch machen? Soll er durch einen Reifen springen fünfmal? Soll er, äh, was soll er denn noch machen? Was soll dieser Mann noch machen? Sag es mir. Wirst du nichts finden. Nichts, was er noch machen kann. Und wenn er jetzt weitermachen würde, wäre er wirklich ein Co-abhängiger Waschlappen. Sorry, echt. Natürlich macht er jetzt nichts mehr, ne? Diese unterbrach ich, äh, da ich einen Vorwand hatte, äh, rote Meldung auf der Carina-App. Wir texteten, schickten einige Voices, unter anderem teilte ich ihm meinen nächsten Heimatbesuch in drei Wochen mit, den er freudig begrüßte. Er könnte es kaum erwarten, wenn er das so sagen dürfte. Dann wieder Funkstelle bis zum Wochenende, die ich erneut unterbrach. Ja, er hat jetzt x-mal versucht, ein Date zu machen. Da würde ich jetzt als Mann auch denken, also das ist eigentlich, könnte ich denken, er hat meinen Kurs gemacht. Äh, klar, lässt er dich jetzt kommen und denkt ja auch, er soll dir das Date machen. Ich habe einfach keinen Bock mehr. Ja, das ist, also aus seiner Sicht, absolut richtig so, ne? Wobei, er könnte jetzt schon auch sagen, ja, lass uns was festmachen, ne? Also das ist jetzt nochmal Detailgeschichte. Detailgeschichte, also so viel leichter, jetzt halte ich ja gar nichts von, aber klar, könnte man sagen, lass uns was festmachen, aber er hat jetzt wirklich genug gemacht, ne? Der Kontakt sucht sich dann wieder in Form einiger Nachrichten über die Tage verteilt, das ganze Wochenende. Ja, es sind aber Nachrichten, weil du nicht mit ihm auf ein Date gehst, ne? Aber aus anderem liegt es nicht, ne? Mitunter teilte er mir in der Zeit mit, er aber ein bisschen Sehnsucht, worauf ich einen Tag lang nicht antwortete. Ich wusste schlicht nicht, wie ich das gefühlstechnisch einordnen soll. Gab ihm doch schließlich die Rückmeldung, dass ich weiterhin wirklich Lust hätte. Ja, vielleicht sollst du ihm das dann auch sagen, dass du da so lauwarm bist. Wobei, warum, ne? Wenn du ihn erst hot findest, also ich meine, klar, du wirst deine innere Dynamik natürlich besser kennen als ich, aber ja, aus seiner Sicht sieht es aus wie eine absolut lauwarme Frau, die, ja, die man eigentlich nur liegen lassen kann, so, ne? Und weiß nicht, ob du das willst, also jemanden, den du ja eigentlich gut findest, ne? Oder fand's mal, ne? In Woche zwei unterbrauche ich nach einen Tagen wieder die Stille mit einer Nachricht, so wie im weiteren Gesprächsverlauf, dem Vorschlag, die Woche nochmal zu telefonieren. Leute, du kriegst das nicht raus. Du kannst so viel telefonieren mit ihm, wie du willst. Du musst ihn treffen, wenn du dann sagst, es ist nichts, oder lass es gleich. Oder sag gleich, ey, es hat keinen Zweck. Ich komm einfach über irgendeinen Punkt nicht rüber. Und mich wundert eigentlich, dass er sich nicht aufreicht, weil du gibst da absolut unklare Signale. Und ja, also wenn er mir jetzt schreiben würde, wie würde sich das anhören, ne? Eine Frau, die nicht weiß, was sie will, ihn hinhält und ja, aber ich bin froh, wenn ich mir auch mal solche Mails kriege. Also ich bin da wirklich gut, dass du mir geschrieben hast, weil da kann man mal sehen, was man auch selber macht. Man sagt immer, die anderen, die anderen sind so blöd, die anderen sind so dämlich und alle Menschen sind scheiße und alles Narzissen, alles Bitches. Ne, wir machen selber auch so ein Kram irgendwie, ne? Aber telefonieren bringt euch hier nicht weiter, ne? So, wir haben wieder zwei Stunden telefoniert, inklusive Vorschlägen seinerseits, was man beim Wiedersehen unternehmen könnte, was sie als gute Ideen bestätigte, ihn jedoch nicht festnagelte. Wie? Also ich denke, es wäre gut. Du würdest jetzt sagen, lass uns treffen, weil er hat seinen Job gemacht irgendwie, ne? Also ich, an der Stelle wäre ich jetzt schon längst raus, so auf jeden Fall. Ähm, da fiel mir doch auf, dass er unsicher reagierte, als ich zum Ende hin aus der Thematik heraus fragte, ob es denn nicht offensichtlich sei, dass ich seine Gesellschaft am Telefon genossen habe. Nein, es ist überhaupt nicht offensichtlich, weil du ständig, heißt kalt, weil du ständig unklare Signale gibst, da ist nichts offensichtlich. Und der Typ ist überhaupt nicht unsicher bis hierhin. Vielleicht wird er jetzt unsicher. Hat er überhaupt, also man kann ihm wirklich nichts vorwirfen, außer wenn du sagst, du magst ihn nicht, ne? Aber es gibt wirklich nichts, was er hier falsch gemacht hat. Außer, dass er überhaupt noch dran ist. Aber, ähm, da kann man ihm wirklich nicht vorwerfen, dass er irgendwie unsicher ist, ne? Muss ich jetzt auch mal eine Lanze für die Männer brechen. Also wirklich, ähm. In Woche drei warte ich einen Tag mehr, um zu sehen, ob er sich von alleine meldet. Warum soll er sich denn jetzt noch melden? Nett schon x-mal, x-mal versucht, ein Date mit dir zu machen. X-mal. Warum erwartest du jetzt noch, dass er sich meldet? Also, ich wundere mich, dass er überhaupt noch dran ist. Aber du hast wirklich jemanden noch so ein Mindset, als wenn er irgendwas beweisen müsste. Er muss nichts beweisen. Er hat alles gemacht, was ein Mann in der Polarität machen soll. Aber, ist jetzt einfach nur Feedback. Also, es wird Gründe geben, warum du das machst. Und hoffe ich mir jetzt nicht zu hart, ne? Ich will dich natürlich noch ein bisschen weiterbringen. Du bist nicht in einer weiblichen Polarität. Oder du magst ihn nicht. Eins von beiden, ne? Das kann natürlich auch sein. Äh, aber wie gesagt, ja, du ja ganz den Arm mit ihm rumgeschnutscht hast. Mhm. Das heißt irgendwas, und das solltet ihr, wo auch immer du das anguckst, sollst du dir mal angucken. Warum gehst du nicht in deine weibliche Polarität, ne? Wenn du ihn eigentlich gut findest und sagst, hey, hier bin ich, nimm mich, prima, ich finde dich auch toll. Lass uns einfach, äh, die Sache jetzt laufen lassen hier mal. Und, aber es wird Gründe geben. Also, ich bin sicher, dass es Gründe geben wird. Also, jeder Mensch hat Gründe, warum er das macht, was er macht. Nur, du musst mal prüfen, ob du dich nicht sabotierst mit diesen Gründen. Das ist ja manchmal so, wenn wir, wollte ich auch nochmal Videos drüber machen, wenn wir so innere Wächterkinder haben. Äh, also ich meine jetzt nicht innere Kind im Sinne von so einem verletzten inneren Kind, sondern so ein Wächter, also in meiner Sprache ist es eigentlich eher so ein Ego-Anteil, der uns schützen will, ne? Und der ist, ja, ich habe das Gefühl, da ist irgendwie ein Teil in dir, der sagt immer, halt, halt, nee, muss ich noch mehr beweisen, noch mehr beweisen. Das wirkt aus Sicht des Mannes, aber total Red Flag mäßig, ne? Also wirklich, ähm, so, also nahm ich den Kontakt wieder auf. Ja, also er macht es eigentlich, würde ich jetzt auch einfach gar nichts mehr machen. Und ich würde jetzt, klar, ich würde dich jetzt nicht blocken oder so, aber ich würde gucken, also entweder sie schlicht jetzt irgendwann Date vor oder nicht. Aber ich gebe da kein Milligramm Energie mal rein, irgendwie, ne? Äh, mittlerweile hatte ich für mich beschlossen, ihn definitiv wiedersehen zu wollen, um zu schauen, wie sich das entwickelt. Er wirkte wieder sehr zugetan, hielt auch das Gespräch aufrecht. Allerdings keine Erwähnung des näherrückenden Wiedersehens. Ja, also hat ja schon alles gesagt, das, warum sollte er noch irgendwas machen, ne? Ich beschloss daraufhin, mich bis zum Tag meiner Rückkehr in 1,5 Wochen nicht mehr zu melden, um auch zu sehen, wie er reagiert. Jetzt muss er wieder durch den Reifen springen. Das ist, glaube ich, jetzt ungefähr der zehnte Reifen, durch den er springen muss. Ich hatte am Ende von Woche 4, hatte ich nichts weiter von ihm gehört, informierte ihn doch darüber, dass ich auf dem Weg sei und fragte ihn, ob er noch ein bisschen Sehnsucht hat. Ich war mir absolut sicher, dass er mir super sympathisch ist und ich ihn wiedersehen möchte, egal was daraus folgt. Warum machst du es dann nicht? Warum machst du dann jetzt nicht das Date? Also klar, ich sage mal, der Mann soll es machen, aber er hat seinen Job erfüllt und dann muss es irgendwann die Frau machen, ne? Klar. Nach geschlagenen 5 Stunden antwortete er mir, der 11. Reifen, dass noch ein bisschen da sei und ab wann er in der besagten Bar ist. Meine Rückmeldung war, dass ich eventuell komme, der nächste Reifen, um seiner Sehnsucht Abhilfe zu schaffen. Warum sagst du nicht einfach, ich komme dann und dann, um die und die Zeit, freue mich drauf, kannst du schon mal einen Platz freihalten? Das wäre jetzt wirklich notwendig, weil er ist jetzt auch wirklich ziemlich abgefragt langsam, ne? Blieb unbeantwortet, bis ich in CK3 schon später mit Freundin mich aus der anderen, ne, warte mal. Ja, die ist auch unbeantwortet, ja. Ja, was soll denn darauf schreiben, wenn du schreibst, dass du eventuell kommst, ja. Meine Freundin, die ich vom letzten Mal kannte, ah ne, sorry, als wir dort ankamen, dann die große Ernüchterung. Meine Freundin, die ihn vom letzten Mal kannte, ging zielstrebig auf die Gruppe zu, in der er saß, begrüßte alle bekannten Gesichter, woraufhin er mich offensichtlich suchte. Ich stand noch in seinem Rücken. Als er mich erblickte, ein Strahlen, jedoch wendete er sich wieder direkt seinem Gesprächspartner zu. So muss er jetzt nach all diesen 11 Reifen, durch die er springen muss, muss er jetzt sofort seinen Gesprächspartner liegen lassen und sofort zu dir gehen. Also das ist jetzt der 12. Reifen, durch den er springen muss. Also so wird er schwierig mit dem Dating, sag ich dir ganz ehrlich so, ne? Also es ist ja noch nicht mal so, dass er dich nicht ignoriert oder so, ne? Hier merkte ich ein unangenehmes Bauchgefühl. Trotzdem ging ich bei der nächsten Gelegenheit in seine Richtung, sodass ich in seiner Nähe stand. Doch er würde ich mich keines weiteren Blickes unterhielt sich weiter. Nach etwa ein bis zwei Minuten wurde es mir zu blöd, da rumzustehen und ich beschloss, dass ich gehen möchte. Ich löschte seine Nummer und hakte die Geschichte ab. Was soll er... Also ich kann verstehen, dass es jetzt frustrierend ist, aber du erwartest da einen, dass der Mann sofort springt, nachdem du ihn wochenlang hingehalten hast. Also ich finde es übertrieben. Was sagst du denn dazu? Ja, ich auch. Ja, also ich finde es komplett übertrieben, ne? Aber... Ja. Von ihm kam keine weitere Meldung bis zum davor folgenden Tag, an dem er mich fragt, wohin ich denn verschwunden sei. Er meldet sich jetzt nochmal, ne? Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Also er kann auch nicht sagen, dass er irgendwie zickig ist oder irgendwie sowas. Echt nicht, ne? Ich sagte ihm, warum ich gegangen war, weil ich jetzt von ihm kam und sagte ihm, dass ich seine Signale schon seit einiger Zeit nicht deuten könnte. Sorry, das ist echt eine Projektion. Deine Signale sind nicht zu deuten. Seine waren absolut glasklar. Glasklarer gehen sie gar nicht, bis du ihm so viel Hürden in den Weg gestellt hast, dass er natürlich auch das Interesse verliert, ne? Also das sehe ich überhaupt nicht so, ne? Keine Initiative, sich zu melden. Er hat sich gemeldet am Anfang. Jedoch immer da, wenn ich es tue, es mir zu kompliziert sei. Also, Mann, das ist echt... Mann, also er war am Anfang überhaupt nicht... Also er war wirklich der unkomplizierteste Mann, den man sich nur vorstellen kann. Er sagt, hier, zack, zack, Date, will dich wiedersehen, ich will dich, zack, zack, zack. Wo ist das kompliziert? Und selbst jetzt finde ich ihn eigentlich nicht kompliziert, sondern er hat einfach keine Lust mehr, dann war aufgegeben. Und... Also wenn, dann ist es so kompliziert, muss ich wirklich sagen, ne? Und für offensichtlich verschiedene Sprachen sprechen. Dies bestätigte er. Unser Kontakt franzte damit zum Wochenende aus, wobei ich jedoch sprachfreundlich sagte, er hätte die Gelegenheit ergreifen können, mir zu sagen, dass er kein Interesse mehr habe. Ähm... Wer hätte das sagen müssen? Ich glaube, nicht er. Äh, daraufhin ging er explizit nicht mehr ein. Entschuldige sich nur dafür, dass ich den Weg umsonst auf mich genommen hatte und dass es nicht seine Absicht gewesen sei. Ähm... Ja, gut, was ich so ein bisschen verstehen kann, du hast ja auch gesagt, glaube ich, irgendwo, dass ihr weit auseinander wohnt. Ja, vielleicht hätte er, äh, ein bisschen schneller auf dich zugehen können in der Bar, aber jetzt mal diese Gesamtsache, weiß ich nicht. Also außerdem, wenn er sich gerade... Er muss dann auch nicht sofort springen, er geht ja wahrscheinlich davon aus, dass du wieder den ganzen Abend da bist. Und, also, ich kann es schon nachvollziehen so, ne? Also auf jeden Fall legt man dann super hohe Standards an ihnen an, während du, aus seiner Sicht, ähm... War ja eigentlich sehr noch sehr nachsichtig mit dir, fang ich so. Und wahrscheinlich, weil der erste Abend einfach gut war. Und, äh, also du, das sind schon Doppelstandards. Er soll springen, springen, springen. Aber was lieferst du für diesen Datingprozess? Außer, dass du mal mit ihm telefonierst oder so, ne? Klar, jetzt kannst du natürlich sagen, ich bin da hingefahren. Aber du wolltest ja, bist ja nicht extra, also du bist ja auch nicht extra in die Bar gefahren. Du wolltest ja eh da hin. Also von daher ist es ja jetzt nicht so, dass du 100 Kilometer nur in diese Bar gefahren bist, ne? Das ist ja auch nicht so. Also ich finde dich da kompliziert, ne? Wir müssen ja ehrlich sein, ne? Das ist nur gut eine Woche her. Mit dem gewonnenen Abstand frage ich mich, ob ich hier falsch und zu Diven nachverhalten habe. Jupp. Gute Frage. Ich sag ganz klar ja. Stichwort männliche, weibliche Polarität. Mixed Signals meinerseits zu Beginn oder generell. Ja, absolut. Absolut. Definitiv spielt hier durchweg meine Unsicherheit hinein, aber ich weiß nicht mehr, wie ich das deuten soll. Ist dieser Mann in seiner Polarität? Jupp. Habe ich unbewusst Spielchen gespielt? Jupp. Auf die er verständlich keine Lust hatte. Ja. Gute Fragen. Dreimal ja. Sollte ich noch einmal Kontakt zu ihm aufnehmen, um die Situation zu erklären? Wenn auch nur für mich als Lernung. Ja, in dem Fall würde ich tatsächlich sagen, ja. Und dann mal verbunden mit einem festen Date, was du machst in diesem Falle wirklich. Und dann schreib mir gerne mal. Es gab selten Momente, die ich bereut habe, aber ich glaube, mir ist wirklich ein Guter durch die Lappen gegangen. Sieht ganz so aus, ehrlich gesagt. Ja. Oder verkenne ich die Situation? Nee, die Fragen zielen, glaube ich, on point. Ja, wie gesagt, die will ich hier nicht unnötig kritisieren. Aber das sind genau diese Minuspolprozesse, mit denen man sich selber sabotiert. Und ich sage jetzt nicht so, dass du grundsätzlich nicht in deiner Wabschin Polarität sein kannst. Kannst du bestimmt. Aber hier warst du es nicht. Und so sieht es aus. Das kann ein Mann auch nicht genau unterscheiden. Kann ich es auch nicht genau unterscheiden. Also ist man nicht nur interessiert, aber das weißt du ja zurück. Dann ist es mangelnde weibliche Polarität, was wir hier sehen. Dann bist du tatsächlich jetzt mal nicht in deiner Polarität aus Gründen. Aber Männer sind auch nicht in ihrer Polarität aus Gründen. Und da muss ich wirklich mal eine Lanze für den Mann brechen. Er hat hier nichts falsch gemacht, aus meiner Sicht. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Tschüss. 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 Das ist alles.